Endlich geht es wieder los. Musik, Musik und ein fröhlicher Abend. Herzlich willkommen zu einem genussreichen Abend mit den schönsten Melodien und Liedern aus Operetten und Musicals. Die Musical-Familie präsentiert eine Musical- und Operetten-Gala. Aus vielen Operetten und Musicals, die wir für sie aufgeführt haben. Unterleitung von Leonore Kleff. Musik, die müde Rose mir auf dich. Da gehe ich zu Maxim, da bin ich sehr intim. Ich duze alle Damen, ruf sie beim Kosenamen. Musik, die müde Rose mir auf dich. Ein hinreißender Abend für Sie und für uns. Musik, die müde Rose mir auf dich. Musik, Temperament, Herz und Gefühle. Wir freuen uns auf Sie. Am 6. Mai im Bürgerhaus Niederau-Rostheim und am 7. Mai im Bürgertreff Schöneck Kilian Stecken, jeweils um 19 Uhr.